Wir warten mal ab, bis der Burgrave seine Unterhaltung mit dem Paar beendet hat. Das Gespräch zieht sich sehr lange hin. Es scheint, als wäre das Paar erfreut darüber, dass der Burgrave deine Präsenz offensichtlich nicht wahrnimmt. Endlich verlassen sie den Platz. Der Burgrave wendet sich dir zu und ist sichtlich überrascht, dich zu entdecken. Was bringt einen Mutanten zu mir? Du erklärst ihm die Situation, erzählst ihm vom Überfall auf Sukia und seine Folgen und lässt nicht aus, dass die Schläge angedroht haben, zurückzukehren. Er wartet geduldig, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Ich muss zugeben, es fällt mir schwer, deine Geschichte zu glauben. Mir ist zwar das ein oder andere Gerücht von einem Handgemenge zu Ohren gekommen, aber da schien nicht viel passiert zu sein. Du machst nicht den Eindruck, als wäre dir die Angelegenheit sehr wichtig. Es tut mir leid, aber solange nichts passiert, kann ich auch nichts für dich tun. Du bedankst dich zu ihm und kehrst nach Hause zurück. Zu dieser Zeit sind nur wenige Leute auf der Straße außerhalb der Grotte unterwegs. Wie aus dem Nichts erscheinen plötzlich einige Gestalten vor dir. Die zwei Menschen von eben sind unter ihnen. Schau einer an, sagt einer von ihnen mit einem dreckigen Grinsen. Was machst du denn hier draußen? Ein Funkeln in seinen Händen lässt dich darauf schließen, dass sie diesmal mehr mit sich bringen, als nur ihre vollste. Mehr Gestalten kommen aus dem Schatten hervor und kesseln dich ein. Das Kratzen von Metall fährt dir durch Mark und Bein. Ich habe gerade mit dem Gurggrave gesprochen. Tötet mich und er wird wissen, was Sache ist, um sich um euch zu kümmern. Sie brechen einen grausamen Gelächter aus. Glaubst du ernsthaft, derselbe Trick funktioniert bei uns zweimal? Der Gurggrave sitzt in seinem Turm und du bist hier draußen, allein. Niemand schert sich um dich. Ohne Vorwarnung trifft dich ein Schlag von hinten. Rote Flecken verdecken deine Sicht, aber du hast nicht das Glück, ohnmächtig zu werden. Weitere Schläge hageln auf dich ein. Ein Schmerz wandert durch deine Rippen in deinen Brustkorb und in deine Beine. Er wird nur durch das grelle Schlitzen eines Messers in deinem Nacken beendet. Du hörst, wie ihre Schritte auf dem Untergrund der Straße ruhiger zu werden scheinen. Es beruhigt dich zu wissen, dass du ihr Ärger auf dich ziehn und die Grotte somit vor einem ähnlichen Schicksal bewahren könntest. Schön. Jetzt haben wir uns selbst geopfert und ich hoffe auch, dass das was gebracht hat. Oh ja. Ja, ich glaube nicht, dass das eine Option ist. Tja, jetzt ist die Frage. Was ist jetzt passiert durch den Lebensbildbetrachter? Irgendwas Spezielles? Tja, wir sind barmherzig, weiß und vernünftig. Juhu. So, dann gucken wir mal, was der andere Lebensbildbetrachter so zu bieten hat. Da er kaputt ist, vielleicht können wir ihn reparieren. Dieser Lebensbildbetrachter hat merkwürdige Abmessungen und unmögliche Ecken. Er ist aus einem unirdischen Metall zusammengesetzt, der zu fließen scheint, wenn du ihn betrachtest. Seine verzweigenden Gliedmaßen kreuzen sich in einem Gitter, der kein klares Muster bildet. Seine Oberfläche ist heiß und irgendwie unruhig, als ob er sich bewegen will, es aber nicht kann. Weiche Knöpfe drücken leicht in die Haut deiner Handfläche und pulsieren leicht, aber wenn du das Gerät wendest, kannst du dort nichts erkennen. Die stille Stimme innerhalb des Lebensbildes sinkt dir zu und lädt dich ein, dich hier anzuschließen. Na, dann rufen wir es doch mal ab. Jemand hat diesen Lebensbildbetrachter aus der Ausrichtung verdreht. Es wäre unmögliches Rätselraten, ihn wieder in einen passenden Zustand zu bringen. Na gut, gucken wir mal, vielleicht kennt sich ja jemand damit aus. So, jetzt sind wir wieder hier. Und wir gucken uns nochmal 1, 2, 3. Na, gucken wir uns nochmal. Drücke die Tasten zufällig. Wir gucken uns einfach mal zufällig ein bisschen um. Ich will ehrlich gesagt mal noch ein paar Gräber abgrasen und vielleicht auch oben bei dem... Was ist das bei dem, äh, ich komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Ein bisschen anzugeben, wie viele Gräber wir schon besucht haben. I'm going. Scott Rene. Yes. Il. Ha. Bildet Skull. So, wer bist du? Wuhlburg. Ready. Yes. Okay. Yes. Namensplatte. Machen wir mal. Gehen wir doch mal. Ah, nee, es geht ja nur. Aha. Es geht nur von 1111 bis 555. Okay. Dieser Mann ist in rote Roben gekleidet und hat eine Pfeife in der einen Hand und einen Stab in der anderen. Mehr kannst du über ihn nicht sagen. Ist er ein müder Reisender? Ein Reliquienjäger? Vielleicht sind Pfeife und Stab alte Familienerbstücke. Eines steht außer Frage. Das ist ein angewiderter Gesichtsausdruck. Du siehst mir aus wie ein Entdecker. Lass mich raten. Tantalum hat dich nach hier unten geschickt, nicht wahr? Genau, Tantalum hieß er. Etwa auf die Suche nach Hiro? Nun, du hast mich gefunden. Er verzieht das Gesicht. Tantalum, dieser Drick, dieser aufgedunsene Lagfresser, dieser schuppige Tulk. Ich wette, dass man... Das macht er mit allen so. Schickt die Leute auf die Jagd nach Schätzen, verspricht ihm geheimes altes Wissen und lacht sich dann krumm und schäckig über die Trottel, die ihm auf den Leim gehen. Wie viele schickt er hier runter und wie viele fallen darauf hinein, so wie ich? Du kennst Tantalum auch? Leider, schnaubt er. Ich war dabei, eine Theorie über gewisse gravitationskrümmende Zivilisationen zu vollenden. Doch Tantalum hat mich abgelenkt, indem er behauptete, ich würde die Antworten auf offene Fragen finden, wenn ich nur genug Gräber lese. Also ja, ich kenne ihn, den Bastard. Was tut ihr hier? Ich bin Entdecker, Reliquienjäger, Theoretiker und nun offensichtlich auch der Mann, der wegen eines dummen Streichs dieses Kräftfressers Tantalum die von seinen Geldgebern gesetzten Fristen versäumt hat. Ich bin so ein Narr. Ach, lies einfach nur die Gräber, Hiro. Du findest schon, wonach du suchst. Bäh. Wie viele Gräber hast du gelesen? Nicht genug, wenn es nach Tantalum geht. Er lacht. Viel zu viele, wenn es nach mir geht. Hast du bei deiner Erkundung etwas gefunden? Kräftsgist. Anders ausgedrückt nichts und noch mal nichts. Er hält seinen Finger hoch. Ganz stimmt das nicht. Ich fand diesen wertlosen Müll in einem Grab. Bestimmt hat es ein anderer Einfallspinsel, der Tantalum auf den Leim gegangen ist, dort verloren. Wertlos. Kannst nicht mal zerlegen und die Einzelteile verkaufen. Er wirft dir den Gegenstand zu. Hier, eine Erinnerung daran, nicht jedem alles zu glauben. Ein zirkulierender Lebensbildbetrachter. Über den gucken wir uns dann gleich an. Obwohl ich zugeben muss, dass ich zumindest etwas gelernt habe. Er verzieht das Gesicht und zwar, dass der Tod unvermeidlich ist und Tantalum ein Betrüger und dass der Tod immer näher kommt, während ich meine kostbare Zeit mit seiner dämlichen Aufgabe vergeugne. Hast du sonst noch etwas gefunden? Na gut. Wenn mir Tantalum noch einmal über den Weg läuft, erfährt er am eigenen Leib, wofür Gräber gut sind. Dafür werde ich sorgen. Er zieht zornig an seiner Pfeife. Weißt du was? Ich gehe ihn jetzt gleich suchen. Er macht sich auf den Weg, begreift, dass du mit ihm gesprochen hast und bleibt widerstehen. Er dreht sich um. Entschuldigung, es ist ja nicht deine Schuld. Lebe ebenfalls wohl. Und damit stürmt er endgültig aus dem Raum. Cali Steak lacht leise. Ali Gern würde diesen gern haben. Ach ja, Ali Gern, was wir jetzt grad wohl machen. Saved the woman, loved the man, stepped in the hood and never walk up again. Oh, das hört schon irgendwie gut an. Jennifer Ambrall. Wissen auch alles nur. Monsieur Michel. Oh, Franzisi. Wir fahren gut. Röduum. Dirk Hennersen. Ja, das hört sich ja fast normal an. Juhu. Geben wir mal den höchsten Code ein. Und zwar 5. 5. 5. 5. Not so ein Verrückter. Du triffst erneut auf den seltsamen Humanoiden, der sich Silver nennt. Er wirkt jedoch anders, aufgebracht. Mehr Gräber, mehr Tantalum, mehr Sucher. Unter seinem ruhigen Ton brodelt Frustration. Muss suchen, muss wissen. Das Wesen dreht sich um und schlägt wiederholt mit dem Kopf gegen die Wand des Grabes. So nah dran. Überhaupt nicht nah dran. Muss mehr finden. Geht es dir gut, Silver? Silver, ein Sucher, ein Fluch, eine Frage, die eine Antwort sucht. Besessen sie zu finden. Soll das heißen, du bist mit einer Art Fluch belegt? Ärger, Luft, Staub, Wissen, Verzweiflung. Silver zappelt und zittert. Offenbarung. Offenbaren sich nicht. Keine Momente der Inspiration. Aus seiner Stirn quillt ein Tropfen einer öligen Flüssigkeit hervor. Aber ich muss weitermachen. Wovon redet ihr? Ein Mensch. Ein Zwischenzeit- und Wissenszerrissener. Ein Mensch? Ja, kein Konstrukt, keine Hülle. Ein Geist in einer Hülle. Hat Tantalum dir etwas angetan? Nein, Tantalum. Er ist der Entsender, der Geber, der Sterbliche, der Geheimnisse kennt. Er vergibt Aufgaben. Silver wirkt desorientiert. Er zappelt herum, als würde jemand anders seinen Körper kontrollieren. Er hat mich in diese Richtung gesetzt. Ich hatte keine Wahl. Ich muss es bis zu ihrem Ende durchverfolgen. Silver hält die Hand hoch. Nein, Stopp. Zu viele Fragen. Der Drang wird größer. Muss neues Grab finden. Er hält sich den Kopf. Gefangen in Zahlen. Gefangen in Primform. Durch Differenziale rollend, imaginär im Wesen. Muss Grab finden. Er hält hinne und reißt sich zusammen. Seine Stimme ist nun ausdruckslos und neutral. Ich muss los. Wie kann ich helfen? Etwas in deinen Worten oder deiner Art durchbricht die Gelassenheit auf Silvers Gesicht. Tantalum, flüstert das Wesen. Tantalum hat mich hierher geschickt. Den Gräbern zu folgen, das Geheimnis zu finden, das mich erlösen wird. Silver schiebt dich zur Seite und stapft davon. Ach Mist, jetzt hätten wir mal Fragen sollen. Wohin er davon stopft. Add O'Neill? Wahrscheinlich nicht. Tiberius Rose. So, wir geben einen anderen Code ein. Und wir nehmen diesmal die 2. 2. 2. Und 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. Und nochmal die 3. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. die sich hier mehr oder weniger verurte haben immer mal die vier die vier so wenn wir noch einer ein und zwar die 12 die 3 und die vier so na gut dann gehen wir mal zum eigenen mikropole zurück ach so und ich wollte mir noch mal dieses dieses lebensbild angucken innerhalb der endlosen schleife dieses seltsamen destillierkolben schäumt raucht und schießt eine flüssigkeit anschließend in den kochbecher zurück in dem alles begann du kannst den fahrt dem diese substanz folgt kaum nachverfolgen es scheint beinahe als sei es gar keine flüssigkeit sondern eher eine art von organismus der endlos und qualvoll innerhalb der unzerbrechlichen grenzen des geräts transmutierte mal sehen untersuchen wir ihn noch mal egal wie du den apparat drehst oder wenn es die flüssigkeit in den rohren bewegt sich nicht gelegentlich zerplatzt eine blase am glas und etwas im inneren des geräts schaudert vielleicht war das ein verrückter chemiker der spannend aus der sonnenaufgang taucht das meer in einen goldschimmer und die ganze stadt vom fernen hafen bis zum prächtigen platz direkt unter dir als sich in seinem licht die brise bläst frisch vom wasser her das lied der nachtvögel wird abgelöst von durcheinandergerede der arbeiter und anwerber und eine schwarz geaderten hände gekrümmt wie krallen zittern auf der fensterbank hinter dir streiten männer über prüfung und schinnen und über eine fäule die herz und hirn erreicht hat und nicht mehr rausgeschnitten werden kann du drehst dich vom fenster weg und schaust auf die männer als der der die am nächsten steht ein einarmiger diener in kostbarer kleidung weinen sagt dass er noch mehr geben muss was man tun kann dass es noch mehr geben muss was man tun kann aber der andere ein chirurg greift zurück ich bin kein quacks selber wie ja la lipa die seifern auf die krankenluft bis sie keinen sinn mehr aus ihren schütteln lassen es bringt keine heilung wenn man falsche hoffnung bei jenen weg die den tod geweiht sind ja das stimmt sie unterbrechen ihre diskussion um zu dir zu schauen du erkennst sie nicht im geringsten aber ganz offensichtlich kennen sie dich und erwarten dass du etwas sagst entschuldige dich für deine verwirrung als du deine verwirrung hervorstammelst weiten sich die augen des dieners mit verständnis er geht etwas näher dich heran und hebt in einer fast zärtlichen geste eine hand in richtung eines gesichts er hat nur eine hand einen arm seine andere seite ist glatt in seide gehüllt ich bin cardogo ehrwürdiger ihr kennt mich auch wenn es nicht ganz so ist hat er recht so vergiftet dein körper auch ist du spürst den leichten rausch von freundschaft und das ist der arm der insel der arm der insel er behandelte euren zustand der chirurg nickt ein wenig und fügt hinzu meine dienste sind erledigt ehrwürdiger die wurzeln haben sich zu weit und zu tief ausgebreitet was der wind gesät hat muss nun geerntet werden wie lange habe ich noch arm zuckt mit den axeln tage vielleicht nicht mehr als eine woche es wächst wie es will und wird blühen wenn es fertig ist was genau stimmt nicht mit mir die zwei männer werfen sich kurz einen blick zu und dein körper bebt bei dieser geste cardogo kommt näher der wind hat euch berührt ehrwürdiger als er das sagt tanzten seine finger wie ungebetene gäste auf seiner großen flachen verstümmelten seite der eisenwind was er berührt verändert sich selten zum guten eure veränderung verlief langsam aber die jahre all die jahre habt ihr dagegen gekämpft die ärzte bekämpfen sie wir kämpften gemeinsam gegen sie die stimme des inselbewohners hat nichts von cardogos sanftheit und jetzt habt ihr verloren ihr werdet endlich dieses leben hinter euch lassen ihr müsst nur noch entscheiden ob das auf sauberem weg erfolgt was ist mit deiner seite passiert cardogo cardogo schüttelt den kopf ihr müsst wissen ehrwürdiger der wind hat auch mich verändert als ich versucht habe euch vor seiner berührung zu schützen ich habe es damals nicht geschafft so wie die ärzte es jetzt auch nicht geschafft haben vielleicht sieht er wie deine augen über seinen unförmigen körper huschen wir haben beide einen viel zu hohen preis bezahlt sagt sein diener mit leicht gebrochener stimme es tut mir leid ihr habt nicht den wind gemacht ehrwilliger antwortet cardogo und ich hatte darum gebeten mit euch nach grenzmarkt zu gehen ich ging freiwillig und freiwillig tat ich was richtig war und ihr habt mir bessere dinge gegeben als eine entschuldigung dann als würde er sich für diesen ausbruch schämen starrt ein diener den arzt an ich will versuchen die last leichter zu nehmen ehrwilliger ihr tragt schon zu viel mit euch herum mit einem scharfen lächeln antwortet aram ehrwürdiger wird die last nicht länger ertragen dann gilt es vorbereitung zu treffen der chirurg verneigt sich sichtlich erfreut dass du seine worte vernommen hast dann geht er cardogo betrachtet wie er geht und wendet sich dann dir zu es gibt viel zu tun ehrwürdiger aber ihr müsst ruhen ich lasse euch eure mahlzeit zubereiten und ich werde eure familie informieren erhält einen moment lang erinner länger erinner ohne zu sagen warum was er wollte oder erwartet hatte bleibt unausgesprochen und als er geht überkommt ich eine enorme müdigkeit jenseits des fensters ist die sonne aufgegangen und das meer ist wieder zu einem alten zu den alten grauen wellen zurückgekehrt die an einen verschmutzten strand aufschlagen die stunden der ruhe haben dir keine kraft zurückgebracht und die mahlzeit liegt ihr schwer magen cardogo pudert dein gesicht mit einem ruhig um die blässe zu verbergen zieht die handschuhe an verpackt dich in eine wattierte jacke die fehlendes fleisch ausgleicht und die wachsenden geschwülste verdeckt er wickelt und faltet und knüpft zu und schließlich reicht er dir einen spiegel in deiner zitternden hand zeigt er nicht mehr als feule und krankheit du siehst aus wie eine leiche die zur bestattung vorbereitet wurde cardogo hat nichts verdeckt er kann nur den zustand hervorgehoben als verschönerung die andere nicht ertragen können sie warten sagt er und führt deinen stuhl nach vorne deine augen wandern durch das gesellschaftszimmer und landen auf der großen karte die die entfernte wand bedeckt den leuchtenden resten von kristall und azurstahl die in einer ecke liegen den regalen voller antiker bücher und dem lodernden feuer an der feuerstelle dann siehst du männer und frauen jung und alt und alle blicken auf dich erwartungsvoll viele blicke die du in diesem meer von unbekannten gesichtern nicht treffen kannst bei einigen ist angst und verzweiflung offenkundig andere gäste können es besser verbergen ein ordentlich gekämpter mann in einer sauber passenden offiziersuniform schlucht gänzlich unordentlich er ist die ausnahme cardogo legt die hand auf deine schultern und bricht die stelle ehrwürdiger die familie ist versammelt zu dir allein sagt er sie warten auf eure worte versuche ihre ängste zu lindern sie wissen dass du sterben wirst deine familie mag dir fremd sein aber jeder konnte ihre angst sehen weil sie mit ihr sterben werden sie sind deine gefolgsleute du musst sie freilassen du sprichst von deiner schwäche und ihrer stärke von der dunkelheit der du dich stellst und den hellen tag die vor ihnen liegen du sagst dass eine familie per definition und mit aus mehr als einer person besteht fühlt zu früh gehen dir deine abgedroschenen worte aus und cardogo geleitet die menge aus dem raum der offizier besteht jedoch darauf zu bleiben und deine diener und ein diener gibt schließlich nach ehrwürdiger euer neffel salva möchte etwas sagen er zieht sich in eine diskrete entfernung zurück w w w w und w w w w w w w